Senior Partner in School unterstützt Kinder, Grundschulkinder an den Schulen darin, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. Viele Menschen, die das berufliche Leben hinter sich haben, die suchen nach einer sinnerfüllenden Aufgabe, die sie dann im Ehrenamt tun können. Und dazu machen wir ihnen das Angebot und geben ihnen die Chance, eine umfangreiche Ausbildung zum Schulmediator zu machen. Und das sind dann die Senior Partner, die wir in Zweierteams an die Grundschulen schicken. Für mich persönlich ist es so, dass ich einfach als Rentnerin noch etwas machen will, das ich in die Zukunft weise und nicht nur zu Hause sitzen und vereinsamen oder so. Das ist das Schlimmste, was mir passieren hätte können. Der Ort, an dem wir sind, den wir ab Januar als Büro beziehen werden, hier in diesem wunderschönen Haus Eleven auf der Praterinsel, unser neuer fester Sitz werden wird, von dem aus wir diese ganze Organisation verwalten. Was wir brauchen, sind Computer, Kopierer, Faxgerät, Telefone, alles, was zu so einem Büro dazugehört.